und damit herzlich willkommen zurück zu der witcher 3 hier bei xpvp schön dass ihr eingeschaltet hast wir sind im nördlichen teil von novigrad quasi hier wir werden jetzt in der nächsten ich denke mal die nächsten zwei folgen mal ein bisschen die ganzen schätze suchen die wir da noch haben und für den schatz den wir jetzt schon ausgesucht haben vor der welt verborgen dafür müssen wir hier runter dafür müssen wir aber dann den wegschwein neben der porten uns hin der war doch jetzt hier irgendwo das kannst du knicken mein freund wirst du viel zu klein für so wir müssen hier und einige kaufleute bieten seltene waren feier darunter auch geheimnisvolle karten mit zeichen die versteckte hexerausrüstung schemas hindeuten könnte ich und wird es hier los so weg weg entschuldigen wenn ich jetzt gerade mal ein bisschen so das mikro geschrien habe was mir los was mir das dorf hier befreien so das dorf hier was mir ist das dorf hier Jetzt noch mehr Gruppzeug, können wir jetzt hier nur ausmachen. Okay, unsere Dörfer ausrasiert hier. Hätten wir dies verhindern können, in einer der letzten 100 Folgen? Ich weiß es nicht, so reicht. Nur Schnaps, 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 brauchen wir nicht. Gehen wir wieder. Okay, jetzt holen wir hier wohl auch nichts. Hier ist nur einer. Hm. Können wir dieses Dorf irgendwie befreien? Hier waren wir doch schon mal, oder? Also diese Brennöfen hier für den Dorf kommen mir bekannt vor. Gut, dann haben wir wahrscheinlich damals, wo wir hier waren, nicht richtig reagiert. Soll uns jetzt aber auch egal sein. Wir sollen einen Schatz finden. Die gute Plätze wird uns dorthin führen. Hoffe ich, glaube ich. Da sind wir schon. Wir müssen besser mal abmauern. Silberschwert haben wir in der Pfote. Da ist doch was. Okay, lass mal ihn lunschen. Äh, Hände. Das sind ja schon wieder so Knüppel. Okay, aber wir ziehen sie mal an. Ich will andere Handschuhe, bitte. Und wir müssen wieder zurück. Los, los. Da oben hin. Das ist ja immer die Quest markiert, dass wir in der Skelle gehen sollen. Wir haben nur 30.000 andere Quests hier zu erledigen. Geh mal hier, gib Gas. Haben wir da noch mehr? Nee. Wölfe. Wölfe ist... Da ist er. Bitte abmauern. So. Und dann markieren wir mal eben eine Quest. Schatz suchen. Katzenschuhe und Ausrüstung. Dann gehen die Einzelnen ab. So. Und wo sollen wir jetzt hin? Dups, 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 dups. Nach da oben. Oje. Ojemine. Ja, von hier aus am besten, oder? Dann da hoch. Das wird aber ein langer Weg. Okay. Geht ja kein Weg dran vorbei. Bomben und Armbrustbolzen können tödliche Präzision aktivieren. Ich hab gehört, man kann von den Männern des Berons was zu essen kriegen. Echt? Das ist aber sehr nett von denen. Komm, gib Gas. Okay. Du dumm, du dumm, du dumm, du dumm. Nein, das war schon der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Und jetzt? Echt? Sollen wir hier durch? Plötze gibt alles. Wo sollen wir denn hin? Den haben wir doch schon gelootet, oder nicht? Warum brennt das hier? Ich wüsste es gar nicht wissen. Sollen wir jetzt hier einen Schatz finden? Hm, ich will diesen auch finden? Da ist, äh, okay, hier ist eine Spur. Ich glaube, er ist im Bienen-Gütteln-Zahn. Kannst du? Jetzt kannst du. Hallo? Ist das der Schatz? Okay, so schnell kann es gehen. Wo ist der Honig? Den Honig! Gut, gib mir keinen Honig. Nächste! Dafür müssen wir jetzt aber erstmal wieder zurück zum... Zum, 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 du weißt schon. Fahrten wir den Weg jetzt zurück, oder gehen wir hier geradeaus? Fahrten wir hier geradeaus so? Das haben wir gemacht? Anscheinend? Oder auch nicht? Ja komm, wir können ja mal gucken gehen. Obwohl ich denke, wenn wir das nicht gemacht haben, hat das seine Gründe gehabt. Das ist schon wieder nur am Regnen hier. Nein, da geht er nicht durch. Was passiert hier? Plötzlich macht gar nichts mehr. Okay, komm. Dann latschen wir mal ein paar Meter. Oh, Freunde! Sieht nach Regen aus. Sieht nach Stress aus. Nein! Ah, Geralt! Wum! Oh-oh! Oh! Oh! Was ist hier? Oh-oh! Oh! Da ist nix, komm hier hoch. Da ist unser Objekt der Begierde, ok Level 9, das ist machbar. Achso, Skalwaffe, ok, Explorer, sooo nicht mein Freund, da war noch einer, ne, da ist er. Ok, was mach denn jetzt, achso, achso, ok, gar nicht gesehen, ich hab schon viel mehr auf die Bienen konzentriert, die da gerade im Hintergrund ein wenig vor sich hin summen, da hinten. Da drüben ist direkt das nächste Monster, ne? Was? Was? War hier noch? Achso. Sehr schön, wo haben wir jetzt das nächste Monster Nest gesehen? Was? Achso. Dann nimm doch, nimm ihn, danke. Wo waren das jetzt? Da. Doppelkill. Ich muss es zerstören, wenn ich die MP-Jagen loswerden möchte. Ja, mach mal. Gehen wir mal im Looten der Zeit. 100 Punkte, oh. Nicht schlecht. Alles klärchen. So, Kinder, wo wollten wir jetzt hin? Wir wollten zum nächsten Teleportpunkt, ne? Und da haben wir gesagt, wir nehmen die Fragezeichen ja mit, was wir jetzt gemacht haben. Sollen wir die zwei auch noch? Ja, komm. Wenn wir gerade hier sind. Zumindest gucken. Zumindest mal gucken. Wo sind wir hier in der Nähe? Beim Roten Baron. Dann weiß ich, wo wir jetzt gerade hinreiten zu den Mittagserscheinungen, ob wir so heißen. noch ein Monsternest. Welches Level habt ihr? Okay. Dann ist nur einer. So, meine Waffen. Vielen Dank. Was ist mit dir hier? Kann man da irgendwas machen? Nö. Wo liegt... Wo liegt er? Da liegt er. Wo ist jetzt das Monsternest? Ein Moda-Hautnest. Es muss zerstört werden. Jawohl. Geh mal weg. Hat noch mal eben einer gespawnt, oder was? Ja, war ja klar. Den hatten wir jetzt schon, ne? Okay. Wo ist Plätze? Plätze. 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 Plätze hat die Möcke gemacht. Okay. Nächste Station. Da oben steht Plätze. Ich glaube, da können wir aber... so hinlaufen. Ich wüsste mich, dass unser Schwert noch nicht platt ist. Ne, muss ich wissen. Ähm. Ernsthaft? Wir sollen aber... rechts, oder was? Nein, wir müssen ihn erledigen. Wer ist das Level hatten da? Ja. Wir sind noch nicht im Kampf. Gut, dann werden wir uns um den Gockel in der nächsten Folge kümmern, denke ich mal. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss. Bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.